Der Kaufvertrag ist nach deutschem Schuldrecht ein gesetzlich normierter Vertragstyp. Er besteht aus zwei aufeinanderbezogenen, inhaltlich korrespondierenden Willenserklärungen, die als Angebot und Annahme bezeichnet werden. Die an einem Kaufvertrag beteiligten Parteien werden als Käufer und Verkäufer bezeichnet. Durch den Kaufvertrag verpflichtet sich letzterer zur Übereignung einer Kaufsache durch Einigung über den Eigentumsübergang und Übergabe der Kaufsache. Dem Käufer wird im Gegenzug die Pflicht auferlegt, den Kaufpreis zu bezahlen und den Kaufgegenstand abzunehmen. Geregelt wird der Kaufvertrag in den Normen 433 bis 479 BGB. Kaufverträge können Rücktrittsklauseln enthalten. Es ist möglich und in der Rechtspraxis häufig einen Kaufvertrag über einen Gegenstand abzuschließen, den der Verkäufer erst noch beschaffen muss oder der noch hergestellt und damit noch bestellt werden muss. Allgemein, der Kaufvertrag ist im Rechtsleben das häufigste Umsatzgeschäft. Es besteht im Austausch von Gegenständen gegen Geld. Die Grundform eines solchen Geschäfts war der Tausch. Die Weiterentwicklung zum Kauf setzt Geld als Zahlungsmittel voraus. Das als jederzeit eintauschbare Verrechnungseinheit von verstehendem Wert einen Güterumsatz in nennenswertem Umfang überhaupt erst ermöglicht. Die enge Verwandtschaft zum Tausch zeigt 480 BGB, wonach auf den Tausch die Vorschriften über den Kauf entsprechend anzuwenden sind. Gegenstand des Kaufvertrags können gemäß 433 FF Vorlage, Wartung, Buza BGB, Eine bewegliche Sache, eine unbewegliche Sache oder ein Tier. Ein Recht, zum Beispiel. Forderung, Anteil an einer Sache, Wohnungseigentum, Gesellschaftsanteil, Patent, Erbschaft, Mietherbenanteil. Eine Sache oder Rechtsgesamtheit sein. Die Kaufsache kann individuell oder nach allgemeinen Merkmalen bestimmt sein. Umgangssprachlich sowie in der Wirtschaftsliteratur hat sich der Verkaufsbegriff auch für den Vertrieb von Dienstleistungen nach Dienst- oder Werkvertragsrecht etabliert, obwohl dort kein Verkauf im juristischen Sinn stattfindet. Kaufverträge, insbesondere Kaufverträge des täglichen Lebens, sind in der Regel formfrei. Er kann also sowohl mündlich oder schriftlich als auch durch konkludentes Handeln abgeschlossen werden. Nur bei bestimmten Kaufverträgen schreibt der Gesetzgeber eine besondere Form vor. Notarielle Beurkundung ist nach 311 BA BS. 1 BGB erforderlich beim Kauf von Immobilien, nach 15 ABS. 4 GmbHg beim Kauf eines GmbH-Anteils und nach 2371 BGB beim Erbschaftskauf. Große und teure Sachen werden in der Praxis jedoch fast immer mit einem schriftlichen Vertrag verkauft. Verpflichtungsgeschäft und Verfügungsgeschäft Eine Besonderheit des deutschen Rechts ist es, dass Verpflichtungsgeschäft und Verfügungsgeschäft streng unterschieden werden und sogar in ihrer Wirksamkeit voneinander unabhängig sind. Das Eigentum an der Kaufsache geht nicht bereits durch den Kaufvertrag über, sondern muss durch einen gesonderten Vertrag, das dingliche Verfügungsgeschäft übertragen werden. Entsprechendes gilt für den Kaufpreis. Nach deutschem Recht kommt es daher bei der Abwicklung eines normalen Barkaufs zu drei Verträgen. Kaufvertrag, Übereignung der Kaufsache und Übereignung des Geldes. Dabei ist denkbar, dass allein das Verpflichtungsgeschäft unwirksam ist, das Verfügungsgeschäft aber wirksam. Der Käufer kann dann wirksam Eigentümer geworden sein. Wegen Fehlens eines Rechtsgrundes kann aber ein Anspruch auf Rückübertragung des Eigentums aus ungerechtfertigter Bereicherung gegen ihn bestehen. In anderen Ländern gilt das Einheitsprinzip. Kauf und Eigentumsübergang bilden eine Einheit. Dabei sind zwei Varianten möglich. Allein der Kaufvertrag lässt das Eigentum übergehen. Diese Variante verwirklicht das französische Recht in Art 1583 des Good Civil, wo es heißt, der Käufer erwirbt das Eigentum vom Verkäufer, sobald beide über die Sache und den Preis einig sind, auch wenn die Sache noch nicht geliefert und der Kaufpreis noch nicht gezahlt ist. Zum Kaufvertrag muss die Übergabe hinzutreten. Diese Lösung gilt in Österreich nach 1053 A BGB, wo es heißt, Durch den Kaufvertrag wird eine Sache um eine bestimmte Summe Geldes einem anderen überlassen. Er gehört, wie der Tausch zu den Titeln ein Eigentum zu erwerben. Die Erwerbung erfolgt erst durch die Übergabe des Kaufgegenstandes. Bis zur Übergabe behält der Verkäufer das Eigentumsrecht. Wesentliche gesetzliche Regelungen Der Verkäufer ist verpflichtet, die Ware ohne Mängel zu liefern. Er ist verpflichtet, die Ware an dem Lieferungsdatum zu liefern. Er ist verpflichtet, das Eigentum zu übertragen. Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufpreisfrist gemäß zu zahlen. Er ist wiederum verpflichtet, den von ihm gekauften Gegenstand entgegenzunehmen. Über die Haftung für Sachmängel hinaus können der Verkäufer oder ein Dritter im Kaufvertrag eine Garantie übernehmen. Diese kann sich je nach ihrem Inhalt darauf erstrecken, dass die Sache eine bestimmte Beschaffenheit aufweist oder dass die Sache für eine bestimmte Dauer eine bestimmte Beschaffenheit behält. Dem Käufer werden für diesen Fall in der Garantie bestimmte Rechte eingeräumt, die er neben den im Gesetz geregelten Mängelansprüchen geltend machen kann. Anders als bei der Gewährleistung kommt es nicht darauf an, ob die Sache bei Gefahrübergang einen Mangel aufweist. Durch die Garantie werden auch Rechte begründet, wenn der Mangel danach in der Garantiezeit eintritt. Bei der Haltbarkeitsgarantie wird vermutet, dass ein während der Garantiezeit auftretender Sachmangel die Rechte aus der Garantie begründet. Der Aussteller der Garantie muss daher, wenn er Ansprüchen aus der Garantie entgehen will, beweisen, dass der Mangel nicht auf dem Zustand der Sache, sondern auf unsachgemäßem Gebrauch durch den Käufer oder einem zufällig von außen anwirkenden Ereignis beruht. Der Verkäufer darf die Garantie an bestimmte Bedingungen knüpfen. Z. B. Regelmäßige Inspektion nach Herstellervorschrift in einer Vertragswerkstatt. Nach 446 BGB geht mit der Übergabe der verkauften Sache an den Käufer die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Sache auf den Käufer über. Ab diesem Zeitpunkt trägt der Käufer die Sachgefahr und die Vergütungsgefahr. Beim Versendungskauf von Privatpersonen geht die Gefahr nach 447 BGB schon mit der Übergabe an die zur Versendung bestimmten Personen über. Das gilt allerdings nicht beim Verbrauchsgüterkauf. Der Verkäufer kann sich das Eigentum an der Sache bis zur Zahlung des Kaufpreises vorbehalten. Dann ist im Zweifel anzunehmen, dass das Eigentum unter der aufschiebenden Bedingung vollständiger Zahlung des Kaufpreises übertragen wird. Der Käufer erwirbt mit der aufschiebend bedingten Übereignung zunächst nur ein Anwaltschaftsrecht. Das volle Eigentum geht erst mit vollständiger Zahlung über. Zahlt der Käufer nicht, ist der Verkäufer durch sein fortbestehendes Eigentum gesichert. Er kann allerdings die Sache aufgrund des Eigentumsvorbehalts nur heraus verlangen, wenn er vom Vertrag zurückgetreten ist. Abweichende vertragliche Regelungen Die meisten der oben dargestellten gesetzlichen Regelungen über den Kaufvertrag sind abdingbar. Das heißt die Vertragsparteien können abweichende Vereinbarungen im einzelnen Kaufvertrag treffen. Denn im Schuldrecht herrscht grundsätzlich Vertragsfreiheit. Einige Vorschriften im Kaufrecht begrenzen allerdings ausdrücklich die Möglichkeit abweichender Vereinbarungen. So 444 Vorlage, Wartung, Buza BGB für den Ausschluss von Mängelansprüchen und 475 Vorlage, Wartung, Buza BGB für bestimmte abweichende Vereinbarungen beim Verbrauchsgüterkauf. Liegt kein Verbrauchsgüterkauf vor. So können die Parteien grundsätzlich die kaufrechtlichen Gewährleistungsrechte wirksam durch individuelle Abreden ausschließen. Solange nicht eine Haftung für Vorsatz ausgeschlossen wird. In Österreich ist ein Gewährleistungsausschluss bis zur Grenze der Sittenwidrigkeit wirksam. Er streckt sich aber nicht auf aklistisch verschwiegene Mängel. Vom gesetzlichen Kaufrecht abweichende Vereinbarungen können nicht nur für den Einzelfall getroffen werden. Viel häufiger ist im Wirtschaftsleben, dass solche abweichenden Vereinbarungen in allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten sind, die von einer Vertragspartei gestellt werden und in den Vertrag einbezogen werden. Dabei besteht die Gefahr, dass Regelungen in AGB allzu einseitig die Interessen einer Partei bevorzugen. Die gesetzlichen Regelungen über allgemeine Geschäftsbedingungen, die sich jetzt in 305 bis 310 Vorlage, Wartung, Buza BGB finden, sehen deshalb für bestimmte Fallgruppen die Unwirksamkeit von AGB-Klauseln vor. Ferner gibt es weitere Regelungen unter dem Gesichtspunkt des Verbraucherschutzes. Etwa für besondere Vertriebsformen wie Haustürgeschäfte und Fernabsatzverträge, die ein Widerrufsrecht oder Rückgaberecht vorsehen. Die Regelungen über den Verbrauchsgüterkauf im BGB gehen darauf zurück, dass die Europäische Verbrauchsgüterkaufrichtlinie den deutschen Gesetzgeber verpflichtete, die in der Richtlinie vorgesehenen Grundsätze ins deutsche Recht zu übernehmen. Dabei wurden auch über die Erfordernisse der Richtlinie hinaus mit Wirkung vom 1. Januar 2002 durch das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts, Änderungen im allgemeinen Teil des BGB, im Leistungsstörungsrecht des allgemeinen Schuldrechts und im Kaufrecht vorgenommen. Nachdem die Umsetzung der Richtlinie zum erheblichen Teil bereits durch diese Vorschriften erfolgt ist, bedurfte es nur noch einiger ergänzender Regelungen über den Verbrauchsgüterkauf im Kaufvertragsrecht, die sich in den 474-479-B finden und die Möglichkeiten begrenzen, im einzelnen Kaufvertrag vom gesetzlichen Kaufvertragsrecht abzuweichen. Ein Verbrauchsgüterkauf liegt vor, wenn ein Verbraucher von einem Unternehmer eine bewegliche Sache oder ein Tier erwirbt. Verkauft dagegen ein Verbraucher eine Sache an einen Unternehmer, so finden die Regeln über den Verbrauchsgüterkauf keine Anwendung. Die Bedeutung der Sonderregelungen über den Verbrauchsgüterkauf besteht darin, dass sie vor allem ausschließen, dass bestimmte vom gesetzlichen Kaufvertragsrecht abweichende Vereinbarungen im Vertrag oder in allgemeinen Geschäftsbedingungen getroffen werden. So schließt 475 Abs. 1 BGB Vereinbarungen aus die zum Nachteil des Verbrauchers von den Regelungen über die vertraglichen Hauptpflichten, Sachmängel und Rechtsmängel, die Rechte des Käufers bei Mängeln oder den Verbrauchsgüterkauf abweichen. Vereinbarungen über eine Erleichterung der Verjährung werden dahingehend beschränkt, dass die Verjährungsfrist nicht auf weniger als zwei Jahre bei gebrauchten Sachen nicht auf weniger als ein Jahr verkürzt werden darf. Nicht ausgeschlossen wird eine Beschränkung von Schadensersatzansprüchen, soweit nicht die Regelungen über allgemeine Geschäftsbedingungen eingreifen. Bei der Geltendmachung von Ansprüchen wegen Sachmängeln, die voraussetzen, dass der Mangel bei Gefahrübergang vorhanden war, gilt beim Verbrauchsgüterkauf eine Vermutung, dass dies der Fall war, wenn sich der Mangel innerhalb von sechs Monaten nach Gefahrübergang zeigt. Dann muss der Verkäufer beweisen, dass die Sache bei Übergabe mangelfrei war, wenn er Mängelansprüchen entgehen will. 477 BGB enthält eine Sondervorschrift für Garantien beim Verbrauchsgüterkauf. 447 BGB ist gemäß 474 ABS 2 BGB beim Verbrauchsgüterkauf nicht anwendbar. Beim Barkauf zahlt der Käufer den Kaufpreis unmittelbar nach Erhalt der Ware Zug um Zug. Kreditkauf ist ein Kauf, bei dem der Kaufpreis erst nach Lieferung zu zahlen ist. Insbesondere durch Einräumen eines Zahlungszieles oder durch Gewährung einer Ratenzahlung. Auf diesem Gebiet bedarf es eines Schutzes des Verbrauchers. Dieser wurde früher durch das Abzahlungsgesetz, später durch das Verbraucherkreditgesetz gewährt. Seit dem 1. Januar 2002 wurden dessen Regelungen durch das Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts direkt in das BGB übernommen. Für Verträge zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher finden sich als Schutzvorschriften für den Verbraucher nunmehr im BGB Regelungen über einen Zahlungsaufschub von mehr als drei Monaten oder sonstige entgeltliche Finanzierungshilfen, Finanzierungsleasingverträge und Teilzahlungsgeschäfte. Dabei wird insbesondere durch entsprechende Anwendung des für den Verbraucherdarlehensvertrag geltenden 495 Abs. 1 BGB in Verbindung mit 355 BGB dem Verbraucher ein Widerrufsrecht in der dort genannten Frist gewährt. Das durch entsprechende Anwendung des 358 BGB auch auf einen mit dem Kaufvertrag verbundenen Verbraucherdarlehensvertrag erstreckt wird. Verkauf mit Auslandsberührung Besteht bei einem Kauf eine mögliche Verbindung zum Recht eines ausländischen Staates, so entscheidet das internationale Privatrecht, welches Recht auf den Vertrag anzuwenden ist. Dabei gilt im Schuldrecht die allgemeine Regel, dass die Vertragsparteien das anzuwendende Recht frei wählen können. Wird eine solche Rechtswahl nicht getroffen, bestimmt sich das anzuwendende Recht nach Art. 4 FF. Romy V. O. Danach gilt für Kaufverträge über bewegliche Sachen das Recht des Staates, in dem der Verkäufer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, es sei denn, dass sich aus den Umständen eine offensichtlich engere Verbindung zum Recht eines anderen Staates ergibt, Art. 4 ABS. 1 A und ABS. 3 Romy V. O. Eine Besonderheit besteht beim internationalen Warenkauf. Hierfür gilt das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980, das für Deutschland am 1. Januar 1991 in Kraft getreten ist und in einer Vielzahl von weiteren Ländern gilt, unter anderem in den meisten Mitgliedsländern der Europäischen Union, in den USA und in der Schweiz. Das Übereinkommen wird teilweise mit UN-Kaufrecht abgekürzt, gebräuchlicher ist wohl, wenn einzelne Bestimmungen des Übereinkommens zitiert werden. Die Abkürzung CIA es geht, die auf die englische Bezeichnung Convention on Contracts for International Sale of Goods zurückgeht. Das UN-Kaufrecht ist auf Kaufverträge über Waren zwischen Parteien anzuwenden, die ihre Niederlassung in verschiedenen Staaten haben. Wenn diese Staaten Vertragsstaaten sind oder wenn die Regeln des internationalen Privatrechts zur Anwendung des Rechts eines Vertragsstaats führen. Punkt. Wenn also die Vertragsparteien die Anwendung deutschen Rechts vereinbaren oder sich dessen Geltung aus Art. 4 Romy V. O. ergibt, führt dies zur Anwendung des UN-Kaufrechts. Einzelheiten des Anwendungsbereichs sind in Art. 1. 6 CISC geregelt. Besonderheiten gelten für Verbraucherverträge mit Auslandsberührung gemäß Art. 6 Romy V. O. Besondere Fallgestaltungen. Beim Kauf eines Grundstücks vom Bauträger und gleichzeitiger Verpflichtung des Bauträgers zur Errichtung eines Gebäudes auf dem Grundstück liegt ein Vertrag eigener Art vor, der kaufrechtliche und werkvertragliche Elemente enthält. Hier richtet sich die Mängelhaftung für die Bauleistungen nach Werkvertragsrecht des BGB. Zusätzlich ist die Makler- und Bauträgerverordnung zu beachten. Auf einen solchen Vertrag, der hinsichtlich der Herstellungspflicht dem Werkvertrag nahe steht, finden nach 651 BGB die Vorschriften über den Kaufvertrag Anwendung. Erste eine nicht vertretbare Sache herzustellen, gelten zusätzlich nach 651 BGB einige werkvertragliche Vorschriften. Handelskauf Handelskauf ist ein Kauf, bei dem mindestens eine der Vertragsparteien Kaufmann ist. Für den Handelskauf gelten neben den kaufrechtlichen Regelungen im BGB einige Sondervorschriften im Handelsgesetzbuch. Von besonderer Bedeutung ist 377 HGB, der nur für beiderseitige Handelsgeschäfte gilt. Danach ist die Ware unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Zeigt sich dabei ein Mangel, ist dieser dem Verkäufer unverzüglich anzuzeigen, andernfalls verliert der Käufer seine Gewährleistungsansprüche. Der Käufer muss allerdings nur in dem Maße untersuchen, wie ihm dies tunlich ist, bei Lieferung einer größeren Warenmenge genügt eine Stichprobe. Bei einer gelieferten Maschine etwa ein Probelauf. Konnte der Fehler bei der Untersuchung nicht gefunden werden, zeigt sich dieser jedoch später, so muss gemäß 377 ABS 3 HGB der Käufer daraufhin unverzüglich dem Verkäufer den Mangel anzeigen. Hat der Verkäufer allerdings den Mangel arglistig verschwiegen, so kann er sich gemäß 377 ABS 5 HGB nicht auf die Versäumung der Untersuchungs- und Rüge-Oblegenheiten durch den Käufer berufen. Den Kauf auf Probe regeln die 454 und 455 Vorlage, Wartung, Butzer BGB. Der Kauf kommt nur unter der aufschiebenden Bedingung zustande, dass der Käufer den gekauften Gegenstand billigt, was in seinem Belieben steht. Die Billigung kann nur innerhalb bestimmter Frist erfolgen. Erste die Sache dem Käufer zum Zwecke der Probe oder Besichtigung übergeben, gilt sein Schweigen als Billigung. Hier wird der Kaufgegenstand durch die Qualität und die Eigenschaften eines Musters bestimmt. Die dann gelieferte größere Kaufmenge muss dem Muster entsprechen. Diese Art des Kaufes ist nicht gesondert geregelt, die Möglichkeit dazu ergibt sich daraus, dass es den Vertragsparteien frei steht. Wie sie die vereinbarte Beschaffenheit der Kaufsache bestimmen. Ein normaler Kauf einer kleinen Menge, sagt die Ware zu, wird eine größere Bestellung in Aussicht gestellt. Den Wiederkauf regeln die 456 bis 462 Vorlage, Wartung, Butzer BGB. Erste im Kaufvertrag ein Wiederkaufsrecht vereinbart, kann der Verkäufer durch Erklärung gegenüber dem Käufer das Wiederkaufsrecht ausüben. Der ursprüngliche Käufer ist also aufschiebend bedingt zur Rücküberreignung gegen Zahlung des Wiederkaufpreises verpflichtet. Damit dient die Wiederkaufsvereinbarung dem Verkäufer in der Regel als Sicherung. Ein Vorkaufsrecht ist das Recht, einen Gegenstand durch Kauf zu erwerben. Wenn der aus dem Vorkaufsrecht verpflichtete Verkäufer mit einem Dritten einen Kaufvertrag über den Gegenstand schließt. Durch Ausübung des Vorkaufsrechts gegenüber dem Verkäufer kommt zwischen dem Vorkaufsberechtigten und dem Verkäufer ein Kaufvertrag mit gleichem Inhalt wie mit dem Dritten zustande. Das Vorkaufsrecht kann schuldrechtlich vereinbart sein. Hierfür gelten die 463 bis 473 Vorlage, Wartung, Butzer BGB. Das schuldrechtliche Vorkaufsrecht bindet nur den, der das Vorkaufsrecht bestellt hat. Ferner gibt es ein dingliches Vorkaufsrecht gemäß 1094 bis 1104 Vorlage, Wartung, Butzer BGB. Es wird als Belastung des Grundstücks ins Grundbuch eingetragen und kann auch für mehrere Verkaufsfälle bestellt werden. Verpflichtet ist dann der jeweilige Eigentümer des Grundstücks. Eine größere Menge an Waren wird zu einem Pauschalpreis verkauft, der Verkäufer nimmt dabei keine Qualitätssicherung vor. Es handelt sich um eine in 375 HGB geregelte Form des Handelskaufs. Beim Vertragsabschluss werden nur Art und Menge der Ware vereinbart. Eine Frist wird vereinbart, nach der der Käufer die Ware näher bestimmen muss. Wenn er dies nicht tut, kann der Verkäufer die Bestimmung vornehmen oder die anderen in 375 HGB genannten Rechte ausüben. Kaufverträge unter dem Aspekt der Lieferzeit Neben den oben genannten Kaufvertragsarten, bei denen nach Art, Beschaffenheit und Güte unterschieden wird, können Kaufverträge ebenso unter dem Aspekt der Lieferzeit gestaltet werden. Unter diesem Gesichtspunkt können vier Arten von Kaufverträgen abgeschlossen werden. Die Lieferung der Ware hat zu einem vereinbarten späteren Termin oder innerhalb einer vereinbarten Frist zu erfolgen. Die Klauseln lauten z. b. Lieferung innerhalb von zwei Monaten, Lieferung Ende September oder Lieferung zwei Monate nach Auftragseingang. Der Lieferzeitpunkt ist genau festgelegt. Die Einhaltung des Lieferzeitpunktes ist entscheidend für die Wirksamkeit des Kaufvertrages. Dies kann nur aus der inhaltlichen Notwendigkeit des Geschäftes heraus begründet werden. Beispielsweise kann eine normale Rohstofflieferung in einem Industriebetrieb nicht als Fixkauf vereinbart werden, da die Rohstoffe nach dem vereinbarten Liefertermin auch noch verwendet werden können. Punkt. Lieferungsverzug tritt ohne Verschulden des Verkäufers ein. Der Lieferzeitpunkt muss eingehalten werden. Rücktritt sofort möglich bei Schadensersatz als Alternative muss der Vertragspartner informiert werden. Beim Sofortkauf erfolgt die Lieferung unmittelbar nach dem Abschluss des Kaufvertrages oder wird vom Käufer gleich persönlich mitgenommen. Eine Lieferung erfolgt erst nach Abruf durch den Kunden. Meistens wird dieser Kauf bei immer wiederkehrenden Bestellungen benutzt. Der Verkäufer kann die Lieferung komplett oder in Teilen vornehmen. Beispiel. Ein Unternehmen mit einem großen Fuhrpark holt die Benzinpreise von verschiedenen Mineralölfirmen ein und bestellt gleich die Lieferung. Mit dem Tanklastzug für die betriebseigende Tankstelle am Telefon. Grundaher. Vielen Dank.